Eine Villa hab ich mir gekauft, so leicht, denn das Menschen Villa ist ein Leben bereich. Ein verarmter Gerag hat's immer abgegeben, sein Wappen ließ sich kleben, aber dicht daneben steht mein Name über meine Tür und ich stell mir gerne unter ihr vor. In meinen Zimmern liegt ein Teppich auf den anderen, schon vor der Dürendreihe eh ins Haus wir wandern und auch Juveline können wir nicht entbehren. Schon draußen beim Quartier, da haben wir drei Quartieren. Alles ist aus Seile und aus Plüsch, der Lateiner sagt Noblesse o Plüsch. Meine Bibliothek wird riesig schön befunden, ich hab 1200 Bücher prächtig eingebunden, links 500 rotig, grauig, grüne, gelbe, rechts von gleiche Größe ganz genau dasselbe, mittendrin 200 Stück in blau, ja die Deckel kenne ich ganz genau. Bilder schaffte ich mir allerhand an, langt der Platz nicht bauen wir noch ne Wand an, die Tapeten hängen voll von meinem Gelde, ich hab aus feinstem Öl die feinsten Ölgemälde und an jedem Bild, damit man weiß, was die Sachen kosten, kläbt der Preis. Aber alle Maler mit berühmten Namen, kauf ich Bilder, guck ich immer nach im Rahmen, denn so ein goldener Rahmensierte fand am meisten, ich hab die größten Bilder mit den dicksten Leisten und ein kleines Bild von Menzel bloß, na Jod Menzel war ja auch nicht groß. Auch ne Ahnenjallerie lass ich mir malen, durch Bullion kann ich mit meinem Gelde prallen, drum wie der Ahne Ahne wird, so werden sie alle, n Bullion-Kopf kriegen sie auf jeden Falle, und am Schluss der Sammlung im Salon hängt ein Bild von Jod Frit vom Bullion. Auf meinem Schreibtisch hab ich herrliche Kulturen, aus reinstem Marmor sind bei mir die Jippsfiguren, auch ne Venus hatte man mir angeboten, die war von Mikrosch, doch ihr fehlten beide Pfoten, da sagte ich nein, ich lass mich nicht betrügen, für das Geld kann ich nicht anzukriegen. Möbel haben wir herrliche und äußerst viele, besonders Stühle, eng, von ganz besonderem Stihle. Meine Frau kann solche Stühle nur schwer benutzen, sie ist zu breit, da hat sie keinen Platz zum Sitzen, sie kommt ja rein, das geht noch äußerst knapp, bloß wenn sie hoch will, kriegt man den Stuhl nicht ab. Unsere Dienerschaft gleich einem Bienenschwarme, die haben vier Mamsel, zwei kalte und zwei warme, wir klingeln gern, den kommen sie alle gleich in den Massen, bloß ne alte Köchin haben wir gleich entlassen, weil meine Frau mit der vor 20 Jahren mal zusammen da eine Herrschaft war. Auch zu reiten hab ich jetzt noch angefangen, das ist sehr schwer vor den, der steht zu Fuß gegangen. Wenn ich reite, brauch ich die ganze Pferdelänge, sie glauben ja nicht, wie ich an den Pferden hänge. Und klug ist das Tier, wenn ich mal falle und nach Hause komme, ist schon im Stall. Meine Frau macht reiten immer viel für Genüchen, bloß sie ist schwer, nur ist sie schwer aufs Pferd zu kriegen. Zwei halten das Pferd und drei müssen schieben, bis sie hoch ist. Und dann steht noch einer drüben, der nach oben seine Arme hält, damit sie drüben nicht wieder runterfällt. Jeden Mittag haben wir eine Menge jetzt. Zu den Leuten sage ich, fressen sie mal am Pferd. Ich beneide sie, sagt mancher, den ich schlade. Denn sage ich, das wollen wir euch auch schade. Sie sollen mich ärgern und sollen neidisch sein. orestier Roland war der Leite.